Los, wir sind dran. Deine Frau, wo ist sie? Ich habe keine Ahnung. Und Toinette, ich bin nächste Woche nicht da. Wir fahren alle drei in die Suelen. Alle drei? Nein, nicht mit dir. Wir drei mit Alice. Die Sechstage-Wanderung, ja? Ja, genau. 870 Euro. 870 Euro. Sie wandern mit einem Esel? Ja, wieso? Sie nicht? Nein, nein. Wir sind nicht verrückt. Guten Tag, Patrick. Wenn er irgendwann mal abwärts zu schnell wird? Hubschrauber, siehst du, er kriegt Angst und bleibt stehen. Und damit er losläuft? Los, Patrick, vorwärts. Was das betrifft, musst du dich einfach durchsetzen. Vorwärts. Zeig, wer der Herr ist. Los, mein Großer, auf geht's. Was gefällt dir nicht? Geh weiter, du Drecksesel! Wladimir hat mir überhaupt nicht gefallen. Er war gar nicht mein Typ. Mattress? Alice! So was? Das gibt's nicht, das kann nicht sein. Ich bitte dich nur um eins. Komm nicht mit, morgen früh. Bleib hier. Gute Nacht. Schöne Träume. Ich bleib ein bisschen bei Ihnen. Oh nein, nein, nein. Ist mir peinlich. Das muss es nicht. Ich fahr zurück nach Paris. Enfouinette! Wichtig ist nicht das Ziel. Es ist der Weg. Bleib stehen, Patrick! Ach, essen Sie nicht mit uns? Ach, essen Sie nicht mit uns? Bei mir. Ich bin mit uns.